Willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. In der letzten Folge haben wir uns etwas mit ein wenig Framerate Ärger rumgeschlagen. Ich hatte leider noch keine Zeit das so zu beheben. Beziehungsweise keine Gelegenheit dazu. Ich hoffe mal das geht jetzt so. Und ich werde jetzt einfach mal hier das Birkenholz einsetzen. Und dann hier einfach das Eichenlaub drüber ziehen. Ich hoffe das geht. Das geht doch wunderbar. Und ich habe mir überlegt diesen Kiesweg hier nur bis hier vorne zu ziehen. Und das Kies dann hier. Okay die Framerate verabschiedet sich immer noch. Den ganzen Kies hier dann drüben für das andere Haus zu verwenden. Ähm ja dann haben wir jetzt hier ganze sieben Dreckblöcke. die ich dann, mit denen ich dann hier auch noch das Beet füllen muss. So hier los machen wir da noch ein paar mehr. Dreckblöcke. Hoch. So war das nicht geplant. Wo ist denn jetzt das Birkenholz? Da. Uh wir haben Zucker. Wo haben wir den denn hier? Ach den hat wahrscheinlich die Hexe gedroppt. Die wir in der letzten Folge getötet haben. So. Und ähm. So. Nein hier dann keine Hecke mehr. Die Hecke geht dann nur bis hier. So. Und der muss dann auch weg. Und dann hier hin. So. So. Das ist dann hier die Hecke. Hier bleibt die Hecke erst mal weg. Bis hier. Hier muss nämlich der zu. Und dann bis hier. Und das passt genau. Sehr schön. Framerate. Hör auf damit. Grrrr. Und den Kies. Ähm. Werde ich dann drüben im anderen Haus verwenden. Um dort richtig schön den ganzen Weg drumrum weiterzubauen. Jetzt muss ich nochmal eben mein Cobblestone finden. Das ist der hier. Hier haben wir auch noch jede Menge Kies. Das ist gut. Den brauchen wir nämlich auch noch. Was ist das? Das ist bemoster Bruchstein. Fancy Shit. Äh. In der Zwischenzeit sollte theoretisch auch unser Glas fertig gebrannt sein. Überall. Jetzt hör doch mal auf damit. Ey. Framerate. Ich hab gesagt, du sollst damit aufhören. So. Oh. Das sollte hier eigentlich auch nicht sein. Hier müsste der eigentlich noch mit weg. So. Besser. Dann werden wir hier draus jetzt nämlich den Cobblestone-Weg bauen. Hier hab ich irgendwas verkackt. Und zwar muss die Hecke hier einmal weiter runter. Denn hier... Nee, das geht gar... Doch, das geht. Ähm. Hier haben wir noch das Birkenholz, das ich gerade abgebaut habe. Zack. Und das Ding auch weg hier. Zack, zack, zack. Oh. Das war auch blöde. Ich hab immer noch keine Axt dabei. Äh, keine Spitzhacke dabei. Daher. Hop. Hop. Ey. Framerate, lass den Mist. Wobei, so übel sieht das doch. Das sieht ziemlich scheiße aus. Ähm. Zurück. Nach unten. Und dann dort mal nach einer Spitzhacke suchen. Die müsste irgendwo hier hinten sein. Hier ist keine. Hier ist keine. Und da ist auch keine. Was ist hier drin? Hier ist auch noch Kies drin. Den brauchen wir auch noch. Keine Spitzhacke. Und keine Spitzhacke. Aber wir haben ja nicht umsonst 36.000 Crafting Table hier. Da bauen wir uns ganz einfach eine. So, Spitzhacke gebaut. Und auf. Ich bin natürlich wieder angestöhnt von irgendwelchen Zombies. Zack, zack. Zack. Und hopp und hopp. Und fertig. Dann jetzt mal eben das Inventar aufräumen da drüben. Beziehungsweise dort auch noch eben weiter die... Das stimmt doch hier auch so nicht. So muss das. Besser. Ähm. Das ist richtig, oder? Ja, das ist richtig. Aber das hier oben... Wir betreiben heute einfach noch ein bisschen mehr Landschaftsgärtnerei. Damit wir diese ganze Karte mal auf Vordermann bringen können. So. Das ist alles soweit zu. Das gefällt mir. Dann. Jetzt einmal hier unten aufräumen gehen. Die ganzen Stöcke. Den Feuerstein brauche ich nicht. Das Birkenlaub kommt da hinten rein. Das Birkenholz nehme ich mit. Kies nehme ich mit. Zombie-Hirne. Die Eichensetzlinge brauchen wir noch. Die Erde brauchen wir eventuell... Ne, die brauchen wir nicht. Die Setzlinge. Sind hier irgendwo noch Setzlinge drin? Ähm. Gelber Farmschrift Birkensetzlinge brauchen wir nicht. Schwarz-Pulver. Ne. Ansonsten brauchen wir hier von so weit nichts. Die Weizenkörner haben wir drücken auch genügend. Weiße Wolle nehmen wir mit. Stöcke brauchen wir nicht. Zucker brauchen wir eigentlich erstmal auch nicht. Welchen Laub nehmen wir mit? Birkenholz? Oh, das gehört hier nicht rein. Hab ich gerade schon gesagt. Hier ist noch jede Menge Kram drin. Hier ist noch Bruchstein drin ohne Ende. Hier ist noch Erde drin ohne Ende. Hier ist jede Menge komischer Kram drin. Weiße Wolle. Weiße Wolle nehmen wir mit. Weiße Wolle können wir nämlich wahrscheinlich noch... Wenn wir auch in den Ofen nehmen, nehmen wir auch mal mit. Setzlinge sind hier keine drin. Hier sind Eichensetzlinge drin ohne Ende. Das ist sehr schön. Ein Bogen und ein Pfeil. Und noch Essbares. Und dann hauen wir uns noch einmal aufs Ohr. Und gehen dann mal unseren ganzen Kram abholen. Und auch dort... Hör auf damit. Framerate. Grr böse. Grr. 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 Ja, erstmal die Framerate anknurren. Warum haben wir hier eigentlich keine Hühnchen mehr? Und warum sind unsere Fühler hier drin? Sollten die nicht da drüben sein? Interessant.